Warum du als Fotograf oder Filmemacher nicht jeden Kunden annehmen solltest. Gerade zu Beginn, wenn man Beginner ist, dann ja, macht man meistens TFP oder verkauft sich stark unter Wert. Kann man am Anfang, um erstmal reinzukommen, du lernst ja auch fleißig dabei, zu Beginn mal machen, aber langfristig, sobald du deine Qualität auch gefunden hast und gute Arbeit ablieferst, nicht mehr. Es wird eine starke Abwärtsspirale sein, du wirst viele Probleme damit haben und das erkläre ich dir hier einmal in diesem Video. Zunächst einmal musst du auch deine Preise verteidigen. Du hast natürlich für dich dann auch einen Preis schon erstellt, deine Angebote erstellt und du musst diese Preise auch verteidigen. Zum einen ist es natürlich einfach extrem unfair, deinem anderen Kunden gegenüber, wenn das eine, den einen Kunden das so verkauft und dem anderen das anders verkauft, nur weil er nachgefragt hat oder das irgendwie er sonst nicht gemacht hätte, das ist natürlich für die Kunden zum einen erstmal unfair. Zum anderen wirst du natürlich mit dem Kunden wahrscheinlich eher Probleme haben, also die Pfennigfuchser sind meistens immer die, mit denen man Probleme hat und zweitens, ja, wirst du auch dieses Gefühl haben, der hat ja nicht so viel bezahlt und so, wenn du das halt immer wieder machst, irgendwann, ja, denkst du dir auch so, ja, warum soll ich denn jetzt hier nochmal eine Korrekturschleife machen, warum soll ich dann mal mit ihm telefonieren und hier nochmal was anpassen, wenn er sowieso so ein Pfennigfuchser ist, ja, also das ist so eine eher so eine Abwärtsspirale, weil da verliert man auch so ein bisschen Spaß daran. Zum einen passiert das natürlich sehr häufig, weil viele am Beginn natürlich irgendwelche Vergleichsportale machen, Check24, Ebay und so weiter und so fort und das ist auch für den Anfang erstmal vollkommen okay, aber durch diese Vergleichsportale sind natürlich viele Leute, die ja verschreiben, also keine Ahnung, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einem Kunden, der hat ein kleines Portrait-Shooting, wollte erstmal verkaufen, ich sage mal 50 Euro und der Kunde hat dann gesagt, beziehungsweise der Interessent hat dann gesagt, ja, für 150 können wir es machen, so und ja, da hat er erstmal überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht, weil entweder lieber ein Shooting haben als kein Shooting, aber das ist genau der falsche Gedanke und genau der falsche Weg und ich habe gesagt, nee, das machst du nicht, weil wie gesagt, das ist zum einen unfair gegenüber den anderen, dass er es 100 Euro günstiger bekommt als die anderen, warum? Zum einen ist natürlich das auch so ein bisschen von oben herab und du willst auch nicht so, warum willst du denn überhaupt so einen Kunden bedienen? Wer ist denn dieser Interessent, dir zu sagen, was du jetzt für dein Angebot nimmst, was deine Leistung wert ist? Ja und das ist ja, sage ich mal, ein sehr, sehr schlechter Weg, den Kunden die Oberhand zu geben, jetzt zu entscheiden, was deine Leistung überhaupt wert ist, ja und dann irgendwie 100 Euro einfach mal abzunehmen von deinem Angebot, von deiner Dienstleistung. Hm, sehr, sehr schlechtes Geschmäckle. Das Problem ist, viele lassen sich darauf ein, aus den genannten Gründen, weil die sagen, lieber ein Shooting haben als kein Shooting haben und dann, ja, kann ich zumindest fotografieren, ein bisschen was in die Tasche bringen, aber es bringt diese Probleme mit sich, ja, es bringt diese Probleme mit sich, dass vielleicht irgendwann mal Kunden miteinander kommunizieren und sprechen oder dann dementsprechend eine Weiterempfehlung dann kommt, der 150 Euro dann bezahlt hat und sagt, hey, geh da hin, ich habe das für 150 Euro bekommen, eigentlich bietet das für 250 an, du musst ein bisschen mal nachfragen, dann kriegst du auch günstiger. Das ist ja auch so ein bisschen schlechter Ruf, wenn alle Leute dann wissen, okay, man muss nur mal kurz nachfragen, kriegst du dann günstiger, weil du es dann sowieso ein Shooting machen willst. Und ja, wie gesagt, das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr, weil diese Leistung, die du erbringst, ja, auch wenn, sage ich mal, ein kleineres Portrait-Shooting erstmal natürlich nicht so aufwendig ist wie ein großer Image-Film oder so oder ein Hochzeit-Shooting, aber trotzdem, du musst eine halbe Stunde, Stunde vielleicht mal Vorbereitungen machen, du hast eine Stunde Shooting vielleicht, je nachdem, was natürlich gefragt ist, aber ich sage mal so im Durchschnitt, dann hast du noch mal ein, zwei Stunden Bildbearbeitung anschließend, mit dem Kunden musst du mal sprechen, vielleicht will er dann noch irgendwelche Bearbeitungen oder sowas haben. Du bist ja viele Stunden an diesem Shooting dran und dann irgendwie sich dann nochmal drücken zu lassen und dann deine Leistung irgendwie nicht richtig anerkannt zu haben, das ist einfach nicht das Richtige. Deswegen solltest du deine Preise definieren, die festhalten und klar, es kann vielleicht nicht jeder da draußen das gleich sofort nachvollziehen, gerade auch so der Punkt Bildbearbeitung und so weiter und so fort und was für Kostenpunkte da einfach bei einem Fotografen oder Filmemacher ist, aber das muss man richtig kommunizieren, man muss den Kunden mit an die Hand nehmen, von Anfang bis Ende alles erklären, auch was er bekommt, dass er den Mehrwert dahinter versteht und dann werden die Leute das natürlich auch dementsprechend machen, ja. Wenn du es nicht machst, ich verlinke dir mal hier ein Video, da sprechen wir dann darüber, wie man dann dementsprechend den Spaß verliert, wenn man nur noch an solche Kunden gerät, schau dir das gerne mal im Anschluss an, da solltest du auf jeden Fall nicht hinkommen und wenn du natürlich als Fotografen für wachlich weiterbilden möchtest, vielleicht erst mal fotografieren lernen, welche Kamera, Blende, ISO, Verschlusszeit, wie geht das oder natürlich schon, du bist schon so weit und sagst, hey, ich möchte mehr Kunden, mehr Mitarbeiter, Geschäft aufbauen, Fotostudio oder oder oder, schau dich gerne mal in unserem Shop um, da haben wir alles, Bücher, Hörbücher, Videokurse, da wirst du schon das Richtige für dich finden, schau dich gerne einmal um, da wünsche ich viel Spaß dabei und bis dann.